ok man mal schauen wie ich dich mache und zwar mit sie vielleicht probiere ich mal direkt hier okay ich muss auch treffen das war dann was war das entscheidest ich habe vergessen okay hat nicht wirklich viel gebracht aber ich schau mal ich probiere es mal mit sie vielleicht nicht was bringt sie vielleicht oder elf glas auf gut glück ok ich habe hier noch nur gucken wie viel das abzieht erstmal muss auch treffen wo man jetzt junge ist klar kommt vor wie springt der heavy machen wie mache ich den finstern dass das bringt das bringt nichts das bringt nichts und das legt der muss so schwer ist da also ich könnte ihn locker packen nein das bringt nichts als ich könnte ihn locker packen mit tank aber da bin ich mir jetzt schade dafür denn die ob das bringt das ort das bringt was unglaublich unglaublich aber noch mal dass das bringt was ich hab's rausgefunden ok ja wie mache ich das wie mache ich das wie mache ich das junge mach hin wie mache ich das am besten jetzt ist schon voll schon leer so ok 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 ich benutze ein item gleich das war nichts ich probiere nochmal nein ich will so viel wie möglich abziehen eben war es gut nein nein hier rutschen warum habe ich denn eben so viel abgezogen ok bin schuld ich benutze jetzt hier ich denke ok zwei habe ich ja noch und jetzt mache ich das mit fblast war auch glaube ich nicht schlecht ok jetzt einfach kamikaze mäßig komm her du bastard nein oh ich hab dich was ich hab dich was also ich will die ah fuck oh das packe ich noch locker in zwei in einem part nein nein oh ich hab einen fehler gemacht ich hab voll den fehler gemacht oh ich hab voll den fehler gemacht ich hab ein item verschenkt bin ich so dumm ich dachte oh nein das war das war sehr dumm oh mein gott was hab ich gemacht oh ich dachte ich hab den schon die hälfte abgezogen ich hab kein save state gemacht oh bin ich so dumm bin ich so dumm jetzt hab ich den item verschenkt meine fresse meine fresse das war sehr dumm oh gott fail großer fail jetzt muss ich nochmal ein e-tank nein ich hab echt ein e-tank verschenkt fuck fuck oh das Menü ist scheiße hier komm komm ich karts mäßig nein nein das kann nicht sein oh ich hasse mich grad selbst ich hasse mich grad selbst mein friss oh mein gott oh mein gott nein okay ich hätte ihn fast ohne e-tank gepackt nein okay ich hätte ihn fast ohne e-tank gepackt gar nichts kriege ich kommentiere aber ich hasse mich grad selbst ich hasse mich grad extrem auch wenn ihr das jetzt witzig findet ich find's gar nicht witzig ich find's gar nicht witzig was hier grad passiert okay 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 nein der war dumm der war dumm der war dumm was mach ich was mach ich was mach ich okay der war noch dummer oh gott mein war das peinlich fuck fuck okay okay Moment 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 gib mir Zeit zum atmen okay boah ich stell mich wieder an und das war's dann wohl mit den zwei parts mit dem einen part boah bin ich jetzt hier verwirrt ich bin jetzt ich bin jetzt echt ehrgeizig und und will den ohne e-tank schaffen weil ich einen schon verbraucht habe okay ich pack dich ohne e-tank okay boah boah kommentiere ich grade schlecht kommentiere ich echt extrem schlecht ja und der muss auch springen hallo oh meine Fresse na jetzt er springt nicht ich schwöre ich springe aber er springt nicht der Paner ja ist klar boah Tom Rockman oh du bist behindert oh krippel spaß dir oh du bist ein echt abgefuckter oh jetzt muss ich wieder zensieren ich wollte ich will echt ich bin jetzt sowieso schon über 15 minuten und äh jetzt probiere ich so lang bis ich dich hab ohne e-tank krippel 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 und ich hab kein oh nein so sorry für den schnitt aber mein PC hat gestreikt und ich musste das Level noch mehr machen ja ganz toll ah und äh ich hab trotzdem nur 2 e-tank ich glaube eingesammelt weil ich keine mehr hatte weil ich ein Passwort eingeben musste und jetzt hab ich trotzdem immer nur 2 also es war kein Vorteil für mich und jetzt muss ich ihn nochmal machen aber ich hab plant b nochmal voll also ist jetzt egal mit dem äh mit dem scheiß e-tank ich mach dich jetzt so fertig du bastard nein moment 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 ich möchte dich jetzt sehr tief f*** und ganz viel abziehen mit plant b und das war nicht grad viel man du bist doch zu packen junge ich hole e-tank jetzt ist mir egal ich pack das nicht ok und f-blast ich mach mal kein das heißt ein save set machen ah ich hätte vorher ein save set machen so f*** boah das springt sogar an der wand vorbei geil komm jetzt mach hin ok ich hab nix mehr was hab ich noch nightsea ah winstorm winstorm nein nein jahaha geil in 2 minuten 1 minuten 640 jetzt nach dem schnitt und eben 5 minuten rumgegurkt mein hedge soll vorher zu machen aber ist egal zwei e-tank ach ist jetzt egal mit dem e-tank was bekomme ich jetzt hier das war zwar wieder ein fail aber egal silver tea and b b parts mein frisst zwei sachen ok wunderbar und dann geht es jetzt im nächsten part weiter mit your martin mit der stage und warum steht da ein b jetzt auf einmal ach ey geil oh sorry der kommt dann ne der hab ich ja schon oh ich bin immer noch verwirrt ok das war verwirrung pur megaman 6 und dann wünsche euch viel spaß im nächsten part wenn es aufgeht zu yamato man yeah und tschüssi 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 tschüssi